Ich bin im Alter, wo die Erfahrung mehr im rudimentären Stadion ist, aber ich habe natürlich schon mal das eine oder andere Besuch, bin da auch kläglich gescheitert. Aber so Autorennen und so Zeug, das kann man ja schon mal selbst in älteren Jahrgegen machen. Derzeit ist langsamer als der anderen. Also ein wenig, ja, aber nicht sehr vertieflich.